Hallo Leute, hier ist wieder euer Reaper und heute gibt es wieder ein neues Tutorial auf der neuen Zombie-Karte Revelations und in diesem Video wollte ich euch zeigen, wie ihr mit euren Teamkameraden eure Waffen tauschen könnt. Das funktioniert mit allen Waffen, das heißt auch mit Wunderwaffen. Bevor ihr jetzt noch anfangt, müsst ihr noch etwas beachten und zwar solltet ihr auf jeden Fall alle Rituale gemacht haben, das heißt ihr habt in jedem Bereich den Strom bzw. auch dann Packer Punch aktiviert, denn bei uns war es nämlich der Fall, dass das Ganze nicht funktioniert hat. Es könnte auch anders sein, aber ich denke mal, wenn ihr normal spielt, dann macht ihr automatisch diese Rituale und aktiviert Strom, deswegen solltet ihr das Ganze noch beachten. Der erste Schritt ist es, eine Kreide zu holen aus dem Eisendracherraum mit der Pyramide. Dazu müsst ihr natürlich erstmal die Schwerelosigkeit aktivieren, das heißt ihr stellt euch auf diese viereckigen Platten um diese Pyramide herum, diese leuchten dann nach einer kurzen Zeit blau auf und dann müsst ihr nur noch alle vier aktivieren und sobald ihr das getan habt, dann aktiviert sich auch automatisch schon die Schwerelosigkeit und jetzt müsst ihr in Richtung VMP-Wandkauf an der rechten Wand von der Pyramide aus entlanglaufen. Denn ganz oben an der dritten Säule oder an diesem dritten herausstehenden Stein befindet sich so eine pinkfarbene oder lilafarbene Kreide und die müsst ihr dann mit eurer Aktionstaste aufnehmen. Was ihr als nächstes machen müsst, ist jetzt nun verschiedene Sätze austauschen und diese an die richtige Stelle platzieren. Es ist prinzipiell eigentlich ganz egal, wo ihr damit anfangt, es muss wie gesagt nur der richtige Satz an der richtigen Stelle stehen. Ich werde euch hier jetzt im Video ein Beispiel zeigen, wie wir das Ganze gemacht haben, so geht es eigentlich auch ziemlich schnell und funktioniert eigentlich zu 100%. Den Anfang müsst ihr jetzt bei der Eisendrache vor der Pyramide an der Wand machen, denn dort befindet sich der erste Satz. Wenn ihr dort die Aktionstaste drückt, verschwindet dieser Satz und ihr müsst jetzt nun zu verrückt gehen. Denn wenn ihr bei verrückt vor diesem Ritual steht oder bei diesem Schädel steht, wo ihr das Ganze aktivieren könnt, müsst ihr jetzt nach rechts in verrückt hineinlaufen, dort wo die Treppe nach oben geht und direkt in den ersten Raum nach der Tür befindet sich auf diesem abgebrochenen Stein oder vor diesem abgebrochenen Stein am Boden auch schon der nächste Satz. Wenn ihr hier wieder die Aktionstaste drückt, dann platziert sich nun der Text von der Eisendrache und ihr habt den Text hier von verrückt aufgenommen. Nun müsst ihr zu Nacht der Untoten gehen und in Nacht der Untoten müsst ihr zu der mittleren Treppe gehen, denn dort sollte ein weiterer Text stehen und diesen Text müsst ihr jetzt mit dem Ascend from the Darkness Text austauschen. Jetzt bekommt ihr einen weiteren Text und diesen Text müsst ihr auch bei Nacht der Untoten bei der anderen Treppe platzieren und wenn ihr das getan habt, müsst ihr wieder zu Kino der Toten gehen. Denn dort bei Kino der Toten befindet sich jetzt ein weiterer Text hinten beim Teleporter, wo der frühere Stromschalter bei Kino der Toten war und diesen Text nehmt ihr jetzt ganz einfach wieder auf. Geht danach zum Mob of the Dead, denn dort befindet sich an einer Wand auch schon der nächste Text. Den müsst ihr dann wieder austauschen mit dem Text von Kino der Toten und jetzt müsst ihr zuletzt nochmal zu Kino der Toten zurückgehen und dort bei dem Teleporter den letzten Text platzieren. Ihr solltet jetzt einen Sound hören und wenn das passiert ist, ist auch schon die erste Sache aktiviert worden, denn wenn ihr zu der Pyramide zurückgeht, wo ihr auch den ersten Text aufgenommen habt, dann ist jetzt ein Wandkauf von der Tomigun bzw. von der M19 aus Mob of the Dead dort vorhanden. Das heißt, ihr könnt diese für 1750 Punkte kaufen und immer wieder Munition dort kaufen. Die zweite wichtige Sache, die dann auch noch aktiviert wurde, ist das, was ich auch schon am Anfang erwähnt habe, denn ihr könnt jetzt mit euren Teammates die ganzen Waffen tauschen. Ihr müsst dazu zur Nacht der Untoten gehen und zwar befindet sich im Erdgeschoss dieser Tisch, bei dem ihr jetzt einfach mal hingehen müsst mit der Waffe, die ihr tauschen wollt mit eurem Teammate und dann müsst ihr einfach nur noch eure Aktionstaste drücken und diese Waffe sollte sich dann platzieren. Es kann auch ein Teammate diese Waffe aufnehmen. Hier im Video seht ihr auch, dass Lance dann meine Waffe aufnimmt und er tauscht auch dann nochmal seine Gepäckabhansch der Waffe mit mir und das war es jetzt dann ja auch schon wieder mit diesem Video. Ich hoffe natürlich, euch hat das Video gefallen und auch weitergeholfen und damit bis zum nächsten Mal, euer Reaper.